Als Lärm werden solche Höreindrücke bezeichnet, die uns belästigen und missfallen. Lärm zerstört die innere Ruhe des Menschen und macht krank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lärm zerstört die innere Ruhe des Menschen und macht krank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lärm zerstört die innere Ruhe des Menschen und macht krank. Als Lärm werden solche Höreindrücke bezeichnet, die uns belästigen und missfallen. Lärm zerstört die innere Ruhe des Menschen und macht krank. Lärm zerstört die innere Ruhe des Menschen und macht krank. Lärm zerstört die innere Ruhe des Menschen und macht krank. Ruhe des Menschen und macht krank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.